Jaa, Mann, ey. Letzten 18 Euro von 400... ...403 Euro oder so. Jaa, mach schon. Jaa, was denn noch? Ob der jetzt rund 500 Euro gibt, ey. Jaa, mach schon mal. Jaa, mach schon mal. Jaa, mach schon mal. Jaa, mach schon mal. Ach, ich passe mal auf. Jaa, ich weiß nicht, was du? Jaa, ich weiß nicht. Ja, das ist schon so. Ja. Ja. Jo. Du schaierst du? Ja. Du schaierst du? Du schaierst du? Okay. Okay. Ich bin sehr surprised. All mein Ding vor dem. Ich bin jetzt mal zwei, oder was? Ah, Mann, was ist denn? Let's go. Kohlbeid, mit Lernung. Mach doch Fer Lernung da. Das ist ein schönes Spiel, das ist ein schönes Spiel, das ist ein schönes Spiel. Ja, das ist so schön. Ja. Ficis Pillen. Verst du mal. Ah, das ist ein Fringe hier. Let's not. Ich will jetzt die Spiele für 100 zu essen. Eieieiei. Maaa. Ah, war mir schon da. Und der auch da. Guck mal. Das wär jetzt noch eins. Und die Wüsche sind da. Zeiner. Krass. Guck. Guck mal, Bo. Guck mal, Leo. Guck mal, Leo. Guck mal. Ja, bei euch. 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 Nicht mehr da ja nix. Elias. Da ist Polenayka. Nicht schlecht ne. Gerade da vorhin ein Video gesagt, dass es im Kommenfallerei ist. Und jetzt in der Zeit passt es schon mal. Schön. Direkt freispiele. Baaam. Baaam. Haha. Läuft er. So, Mama K. So, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und wir lernen jetzt. Okay. Let's go. Cal. Danke, aber das ist sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, 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 komm Komm, 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 komm Komm, komm, kommzyka Okay Okay. 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 I can't wait for the next one. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. 180 Mark Da machen wir jetzt noch 1 Mark nach dem 3 Spielen Manchmal kann ich nicht nur schon mal Handy halten Ok, mal schauen Jut Zeig dir mal das Bild da Das ist eine Filme Vielleicht wieder eine Pagerei machen Endlich Das ist gestatt oder? Das ist gestattet Das ist gestattet Da ist es schon wieder. Da ist es auch wieder.